Leute, es haben mich viele Leute gefragt, warum ich eigentlich so viel Geld bekomme, wie ich das mache, wie ich das anstelle, weil ich bin ja schon nicht schlecht betucht draufgekommen und ich erzähle euch einfach mal heute, wie es bei mir so abgelaufen ist und wie ihr das selber auch erreichen könnt, Leute. Und zwar, als ich angefangen habe, war das allererste, was ich gemacht habe, ich habe gefarmt bis zum Tode. Ich habe erstmal Quarz gefarmt, 10 Doppelkisten, damit du erstmal ein Startkapital hast, Leute, womit man arbeiten kann. Dann, Leute, habe ich dieses Kapital angelegt in Wertsachen, keine Ahnung, Köpfe, Beacons, etc., was man halt so alles braucht, Leute. Köpfe, Beacons, ihr solltet niemals, wenn ihr Geld anlegt, es nur auf eine Sache legen. Das ist genauso wie im echten Leben. Man sollte niemals nur auf ein Pferd wetten, sondern auf zwei. Ist halt eine Metapher, Leute. So, und so meine ich das auch wie bei Griefergames. Man sollte auf Köpfe, Köpfe lohnen sich immer, Leute. Kauft Köpfe billig ein und lagert die ein bisschen und dann verkauft sie später, wenn ihr mal ein bisschen Geld dran habt, verkauft sie teurer weiter. Das würde ich zum Beispiel immer machen. Oder bei Beacons, Beacons lohnt sich jetzt nicht mehr so teurer, aber Dracheneier, Leute. Dracheneier lohnen sich. Die werden vielleicht sogar wieder steigen. Das wäre zum Beispiel mein Tipp an euch noch. So, Leute, dann fragen sich viele, hä? Ja, aber das kann doch nicht das Einzige sein, dass ich denn da jetzt einen Monat, warte, bis die Teile wieder viel wert sind. Nein, Leute, ihr müsst auch noch nebenbei. Ihr solltet jeden Tag ein bisschen Farben gehen, ein bisschen dieses halt Zukunft Dings machen. So, Leute, dann solltet ihr als nächstes Plot bauen. Ihr solltet lernen, vernünftig zu bauen, damit ihr für andere Leute Plots bauen könnt, weil das bringt euch wirklich viel Geld. Wenn ihr nämlich gut bauen könnt, auftragen euch Leute, viele Leute, dass ihr den einfach braucht. Bei den meisten Leuten, die einfach reich sind, Leute, die, ich sag mal, die reich sind, 500k haben, die würden einfach nur eine fette Villa haben und ihr solltet nur diese Villa bauen. Keine Ahnung, ihr holt euch jetzt einen 4er Merch für 55k, baut darauf eine Villa, die an Materialkosten, keine Ahnung, insgesamt 50k hatte. Dann habt ihr 100k bezahlt oder 105k, für das 4er Merch halt 55k. So, Leute, dann verlangt ihr dafür, keine Ahnung, 150k. Und dann bezahlt ihr das auch, weil der ja nicht selber bauen will, weil er das selber nicht kann, aber weil er zu faul dafür ist, Leute. Und dann habt ihr 50k reingewinnen, Leute, reingewinnen. Das kriegt ihr bei Sachen, die ist es ganz schwer hinzubekommen, natürlich außer bei die Übersachen. Und der nächste Tipp, an den ich euch geben will, geht in einen Clan, Leute, den ihr zuverlässig seid, der gute Ziele hat, wo man wirklich denkt, hier kann ich noch etwas Geld verdienen, Leute. Weil das bringt euch auch wirklich wieder viel Geld zu. Das war es eigentlich so mit meinem Ratgeber. Der ist kurz zusammengefasst, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen und mich abonnieren und die Glocke aktivieren, Leute. Wäre auf jeden Fall nett, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.